um e-sports den ja liebe leute hier sind richtig nach einer langzeit gibt es mal wieder weiter mit viel fahren also so richtig weiter geht es nicht ich habe mir da bis besonders überlegt eigentlich habe ich ja gedacht wir machen unsere querte club karriere in der dritten deutschen liga und ja gut die letzten zeit war eigentlich schwierig wegen arbeit privaten etc das war da nicht so groß aufnehmen konnten jetzt gibt es ja nicht wieder los mit fifa und los ist das stichwort und zwar habe ich mir was anderes überlegt und zwar werden wir nicht mehr mit der deutschen dritten liga weil wir das ja bei fifa 21 schon gemacht haben wir starten jetzt eine andere querte club karriere oder wie starten sie neu mit einem anderen liga wo ich denke mal der reiz wird noch ein bisschen was größer sein wenn sie noch mal ein bisschen tiefer geht also ich denke mal ihr werdet es schon klar sein worum es sich handelt und ja wir gehen einfach mal rein und schön dass ihr dabei seid auf jeden fall wieder nach einer ziemlich langen pause und wie gesagt ich habe immer mal wieder wort dann alles wurde einfach auf die zeit von der zeit ich mich auf die reihe bekommen weil halt ja auch dieses bieter man immer mal weiter gehen sollte und auch ja geht er das ja eigentlich immer mal wieder aber das auch zwischendurch mal komplett alles ausgefallen ist das ist schade für mich auch aber wie gesagt würde ich dann teilweise 678 tage arbeite am stück weiter nicht viel zeit privatleben geht halt einfach mal wieder vor dem zocken definitiv also auf jeden fall ja das werden wir auf jeden fall mal rausnehmen jetzt haben wir noch ein titel update gekriegt wir gehen rein in den spielmodus und werden eine neue karriere starten ja die werden wir auf jeden fall erst mal aktualisieren die karte es gab auf jeden fall karte update auch ein grund warum ich die fifa karriere neu starte um das halt quasi alles zu haben aber wie gesagt das ist nicht der hauptgrund ist es einfach weil ich denke mir das war mit der neuen liga wobei jetzt gleich anfangen werden einen etwas größeren reiz haben könnten auch bezüglich des aufbau der mannschaft und spielmodi und 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 ja guck mal gehen wir rein auf jeden fall und machen einfach mal was neues so das ist natürlich wie immer haben wir da auch in der vorigen karriere stellen wir uns erst mal auf jeden fall um trainer da ist es ganz klar da viele auch welche bei facebook kennen oder alles so was einmal sowieso materialen jahren nehmen werde ich tatsächlich auch hier meinen ich will mit trotzdem nicht ich werde tatsächlich doch wieder einmal zu den üben verwenden ja natürlich sind die deutscher so das kann ich alles nicht erinnern alles klar ich habe das jetzt natürlich das hat sich findet dann einmal zurück gehen muss also noch mal sorry so ich wollte aber so verwenden ich meine wie gesagt die meisten wenn ich das video über facebook poste dann wissen wir die leute meinen realen namen aber das ist jetzt egal so kann sagen mal kurz gucken dass wir welchen keine farbe brauchen wir nicht augen erstmal die farbe aber ich glaube das macht so viel nicht aus nur sind dann bei versitter gut kreuz gekommen ich habe das fenster hier auf und hier ist eine hauptstrasse daneben an so nah so brauchen wir mit und braucht man nicht mein kiefer so kinn ich habe auch zu lassen genauso wie ohren jetzt gibt es auch die frisur ich muss gerade überlegen das ist ja das ist ja nicht so das ist genauso wenig ja das denke ich mal so passt so farbe so bad gut ok dann haben wir uns wieder erstellt nein ausschütz brauchen wir noch so gut so so gut 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 die socken sieht man sowieso nicht dann haben wir unsere trainer stellen und jetzt geht es weiter mit dem verein und zwar nehmen wir einen natürlich wieder einen erstellten vereinen aber die frage ist wie nehmen wir unseren feinen gerade das ist jetzt ein bisschen schwierig das ist jetzt ein bisschen schwierig auch wie immer der verein also ich kann euch schon mal verraten wir werden in england starten in der englischen vierten liga das ist meine große idee es gibt ja immer diese diese lustigen freizeitmannschaften diese lustigen freizeitmannschaften die man so klassisch kennt aber jetzt probleme wir starten in england und nicht in deutschland ich bin mir ich kann überlegen wie das machen deswegen habe ich mir gerade mal so schlaue google angezogen und guck mal was wir so haben ich überlebe gerade wenn ich weiß dass ich könnte jetzt überlegen das ist schwierig es ist schwierig sich da sich da jetzt gerade namen auszuziehen der von der links er wie gesagt man kennt ja diese klassischen teckenmannschaften und alles drum und doch haben wir mit resen und was auch immer sowieso uns letztes auf dem fußballturnier unsere eigene truppe mit ein paar freunden aber das passt jetzt gerade nicht zu england das ist es jetzt gerade ja es sieht jetzt gerade ein bisschen die folge ich bin jetzt ich gerade überlegen wie man sonst wie man es nennen könnte jetzt aber weiter Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, würde man schon so einen anderen nehmen, aber es muss ja auch ziemlich witzig sein. Ich würde ja gerne was Witziges nehmen, das ist klar. So auf die Idee komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und meine Deutschland hat ja genug Namen drum, aber die nicht für England, die passen jetzt irgendwie. Das ist jetzt gerade echt. Das ist jetzt gerade echt schwierig. Ach komm, jetzt verdienen wir uns jetzt einfach... Jetzt ist es echt krass. Das ist jetzt einfach New England FC, da passt das vom Namen her einfach. Klar in den Verein gibt es, ich glaube New England gibt es in den USA, aber wir nennen uns einfach New England Fußball Club und damit hat sich das erledigt. Und dann passt das auch. Das ist halt ein neuer englischer Fußballverein und damit passt es auch an den Namen her. So. Passt. So, wie nehmen wir uns? Vereinsspitzname, die hat sich auch an den Kommentator vorgegeben. Wir nennen uns die Football-Fans, komm. Ähm. 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 Fast nicht. Ähm. Ich hoffe, dass wir 4 nehmen können. 2-3 Zeichen, aha, ja dann müssen wir es halt so hin. So, gehen wir erstmal weiter. Und wir gehen natürlich, wie gesagt, nach England, habe ich ja gesagt, schon mal, dass man die Vaterliga gehen. Ich will gerade, welches Team wir ersetzen. Ah, ich glaube, ich habe ja schon, ich nehme die hier raus, Silver City, weil die haben auch kein richtiges Wappen. Und dann passt das her. Unser Rivale. Und dann wirst du da, egal. So, theoretisch kriegt man das aber schon so lassen, das ist eigentlich alles. Ich will lassen das einfach so, wie es jetzt vorgegeben ist, weil das ist eigentlich ganz cool. Sieht vom Logo her ganz cool aus und alles. Das passt so. Von der Dings her. Nehmen wir mal so. Gehen wir mal direkt im Stadion. Die Molten Road. Wie spielt der Vertrag von Anfang an, dann wäre auch Molten Road. Das nennt man so einfach das klassische New England Stadium. Ja, wir haben 19.000. Wir brauchen nicht so viel, oder? Wir gucken gerade mal, was wir so haben. Wir brauchen ja nicht ewig. So ein Stadion, da brauchst du jetzt nicht unbedingt, denn wir fangen klein an und können ja immer noch aufbauen. Komm, wir mal so. Pam. Passt. Tribünen. Stadionfarbe. Rot. Rot. Oder sogar Zweifarbe kommen. Rot. Blau. Sitzfarbe. So. Spielfeld. Der Rasen. Der Rasen. Diagonal brauchen wir nicht. Das finde ich ein bisschen verwirrend hier immer. Karo klein. Karo groß. Diagonal. Nehmen wir das hier. Klassischen weißen. In dem Dschungelgrün. So, das Netz. Blau. Rot. Rot. Blau. Rot. Filmblau. Das ist richtig. Wieder nehmen wir die hier. Das passt schon so. Atmosphäre. Tor zum. Okay. Ich habe jetzt. Wo muss ich. Kein Ton habe. Ich muss wahrscheinlich die Dings reinsetzen. Dann haben wir die. Das kennen wir. Färben. Gesänge. Die Walk-out-Hymne sind natürlich das Klassische. Die Walk-out-Hymne. Die Walk-out-Hymne sind natürlich das Klassische. Das ist ja auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen. Okay. Komm. Komm, wir nehmen das Isla du. Das ist geil. Irgendwie hat das gerade ein bisschen was. Ach komm, wir machen es. Darf man nicht schauen, was cool ist noch? Wir kommen mit klassischen, die Klasse, die Hymne, schlechthin beim Fußball, nämlich die vorwärts der Liverpool, dieses Siebel Never Walk Alone. So, mein Team, das heißt, das ist eine junge Truppe, die ist damit neu gerade gegründet. Wir brauchen nicht viel Kohle, wenn wir uns 5 Millionen Vorstands erwarten. Kleiner Verein natürlich. So, wir nehmen natürlich ein Stern, ein Stern, der deinen Namen trägt. So, weil wir sind ja, wie gesagt, gerade erst neu aufgestiegen in diese Liga und wollen natürlich noch ein bisschen was erreichen. So, kannst du uns aktivieren? Na ja, Mannschaft, das ist mal draußen. Das brauchen wir gar nicht erst zu machen. Und dann würde ich sagen, wir fangen an, bis jetzt an der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Start in unsere neue Karriere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.